jetzt herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf unserem kanal sofort und gleich und ja Leute heute sind wir wieder dabei Rush Wars und wir machen erstmal eine free box auf mit zwei gems ja ich muss jetzt erstmal also leute wir haben ja das problem dass wir das headquarter eigentlich auf level 4 bringen wollen so dann brauchen wir 5.000 gold dafür jetzt muss man in dem video jetzt hier manchmal so ein bisschen was sprechen was worauf man jetzt achten muss und möglichst viel gold in kürzester zeit zu kriegen jetzt denken die sich das gibt es noch nicht so gut aus ja ich kenne mich noch nicht so gut aus ich habe auch jetzt ein paar videos inzwischen angeguckt dazu und voneinander und so also ganz entscheidend auch hier schon mal eure verteidigung warum wenn man da rein guckt das zeige ich euch dann gleich und die räumen hier viel ab dann verliert ihr auch viel gold das kriegt ihr nämlich wieder abgezogen so bedeutet also ich werde jetzt als allererstes mal von hier das reicht schon mal um ziemlich weiten radius zu haben so da werde ich hier vorne so ein teil davon habe ich nur ein oder was ich habe nur ein plan war ich nur ein plan war das ist nicht gut ein plan war es nicht gut so auf jeden fall ein plan war ich wollte mir in diesem video auch noch was das über den neuen s-teil reden also wir waren drin vergleichen nicht von drinnen heute am 5. september also ist inzwischen der 6. september aber gestern am 5. september waren wir im s2 film gewesen und wir sagen einfach mal kurz unsere meinung dazu gleich also ich fand den s film cool ich fand den s film auch cool also ich hoffe dass das funktioniert ich habe keine gleich geht einfach mal so seine bewertung aber ich finde den s film also ich sage mal so den ersten teil fand ich persönlich besser weil der zwei war den zweiten teil mehr splatter drin ist mehr blut da gab es ja eine szene kann ich jetzt schon mal vorab sagen da sind wie viel 1000 1070 1700 17.000 17.000 liter kunstblut geflossen also ich muss sagen ich also ich jetzt jetzt nicht unbedingt gebraucht um da jetzt um den film gut zu finden oder so ja also jetzt erst mal hier vielen vielen dank an soli und bank zero dass sie unsere unserem team gejoint sind jetzt haben wir schon vier mitglieder einer fehlt uns noch dass wir dann hier diese team domination aktion mal durchführen können also wenn irgendjemand noch von euch bock drauf hat wäre mega cool wenn ihr jetzt mit scheuen könntet so ich will euch hier mal ganz kurz was zeigen hier seht ihr you lost da habe ich zum beispiel gar nichts verloren da habe ich 27 gold verloren da habe ich 18 gold verloren warum das war nur sekunden ago das ist neu ich habe nichts bekommen aber auch nichts verloren hier bei den attacks seht ihr auch wiederum da kann man gold bekommen so jetzt gibt es einen kleinen trick bei der ganzen sache also erst mal ich bin jetzt auch hier inzwischen umgestiegen auf diese heilung ja auch die heilung auf die heilung weil die heilung einfach den extra boost geben kann so jetzt habe ich hier an der stelle natürlich kein das müsste eigentlich ganz gut funktionieren so wenn ich die heilung nicht benutzen sollte ich kann jetzt erstmal die ganzen truppen ziehen wenn ich die heilung nicht benutzen sollte dann kann ich an der stelle noch mal 20 gold für das match extra bekommen so ich greife jetzt erstmal an und halt jetzt schon mal die heilung hier drauf vielleicht werde ich die ganz schnell gebrauchen können dass wenn man gleich sehen der ball hat mir jetzt hier doch ganz schön viel weg jetzt manchmal die heilung drauf mit der heilung normal ist jetzt die 20 extra bonus bekommen aber ich möchte tatsächlich lieber die drei sterne kriegen ihr seht pro ding was ich da abkassiert macht und ich mach doch den typen erst mal gut was machst du denn was denn los mit euch die leute ihr sagt ist unfassbar hier lasst euch von dem abschießen so kriege ich drei so ich krieg ein und ich habe meinen nein nein mein pitch habe ich nicht gesetzt das war natürlich sehr smart von mir drei sterne meine defense box meine defense box ist meine defense box jetzt voll nein ist nicht voll das sah eben gerade nur kurz mal so aus 99 bitte greift mich doch mal jemand dann kann ich sein hier so was das wohnen 91 trofäne oh gott hilfe wieso ist das viel ich habe 340 oder so was oder so richtig dann komme ich langsam nicht ran hier natürlich so auch hier wiederum ja da hat da oben hat er ziemlich viel ding aber das ist mir relativ jacke wie hose ich werde jetzt hier wieder mal meine gleiche also es gibt ja leute die das alles aufteilen ich teile das nicht auf warum teile ich nicht auf weil nur zusammen seid ihr stark und die heilung bringt natürlich umso mehr kommt baller den jetzt mal was ich habe verloren macht das ding der marik jetzt hier oder ich habe verloren du hast verloren ja das müsste eigentlich jetzt ich habe glaube ich einen fehler gemacht mit der ich habe die heilung falsch gesetzt ich hätte ich den jetzt nicht mehr ich krieg nur einen fehler gemacht ich habe leider die falschen geheilt dadurch ist das ein bisschen in die hose gegangen macht aber nichts last squat noch mal und hört da unten stand dann noch reden hast den vergessen mitzunehmen der stand noch da unten und sowas los so den nehme ich mir vor würde ich sagen so haben wir wieder die gleiche ich habe in den hieligen bis jetzt kein einziges mal drei ständer geschafft kein einziges mal den mache ich nach hinten der muss nach hinten und die pitcher müssen eigentlich die so jetzt start und dann werde ich mal gucken mit dem hieling oh mein gott das ist natürlich jetzt eine sache das gefällt mir natürlich überhaupt nicht also jetzt kriegen sie alle alle healing macht den ganzen kram hier platt mal von denen so und jetzt müsste ich eigentlich ganz gut durchkommen ich hätte mal dass das drei sterne werden ja ich will zu einem lösung für den letzten karte zeit 45 gold habe ich in diesem mensch bekommen doch ich habe das healing aber ich habe ja alle drei bekommen deswegen 45 plus noch mal die 56 jetzt hier raus und den mord haben müsste ich echt auch noch mal weil die ziel ist schon gut sind das healing ist mega ich muss jetzt echt auch wenn mir das jetzt hier noch hier ich muss das machen weil ich ehrlich ich brauche diese ich will ja auch mehr schaffen das heißt also ich muss tatsächlich hier ein bisschen upgraden mal auch wenn es mir jetzt nicht in den kram reinpasst der plumber muss geupgradet werden das sind und dann muss ich hier den mord haben ja es gefällt mir eigentlich nicht weil ich eigentlich meine 5000 zusammen bekommen jetzt bin ich wieder genau da wo ich vorher gewisse mal 2000 99 wie viel 2000 2000 als jetzt schon gold daher ja ich bin einfach gut wir hast du 2000 weil ich einfach gut bin so ok da ist ein panzer und da ist eine kanone leute eigentlich müsste das ganz gut funktionieren da bin ich mir sogar ziemlich sicher dass das sehr gut funktionieren wird hier der panzer ist meiner meinung nach nicht so mega stark wie man das denken könnte ich pack sie wieder alle zusammen noch gott eine bombe jetzt kriegen sie erstmal allen tag heilung jetzt wird der panzer down gemacht und da oben das teil hat sowieso jetzt gegen den rest meiner armee keine chance deswegen sollte das kein thema sein er macht ihn macht den kaputt was da los warum beschäftigt ihr euch ernsthaft warum beschäftigt ihr euch tatsächlich jetzt hier das kann nicht sein oh mein gott ich habe es geschafft wie der 3 1.800 gold aber ja eigentlich 35 37 38 39 gold drei sterne wieder geholt 39 gold eine rare box aus 1 1 nummer 99 gold minen morta pitcher wieder hier bombe sehr geil drei keys habe ich noch das last quad wieder rein wieder attack ganz 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 wichtig also ich glaube dass hier sieht man auch 15 kriegt ihr pro hütte hier bei dem 15 15 15 15 und er hat eigentlich nichts besonderes ich denke mal ich laufe ich laufe unten dran vorbei ich glaube jetzt nicht dass der schätze dass der vielleicht in der mitte noch eine bombe oder sowas hat keine ahnung müssen wir mal schauen jetzt wieder das healing schon mal ich denke es bringt mehr als es also das healing auszugeben und dafür eben die drei ton zu bekommen das heißt manchmal echt heilen ich muss es muss hier jetzt macht der macht doch mal die hütte da da und ich will sie den einen da bekommen oh mein gott das sieht nicht gut aus aber wenn er jetzt direkt davor steht wenn er direkt davor steht dann habe ich eine chance nein 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 der panzer der panzer er schießt noch er schießt noch erlebt noch es hat nicht funktioniert 28 gold habe ich trotzdem holen können wollte sie da wurde dann sein gab es eine garze hingestellt so drei sterne sehr geil so habe ich noch so wie immer so jetzt schauen wir mal was passiert erst einmal da mache ich jetzt mal ja das war jetzt auch nicht so intelligent von mir wieder mal wieder mal wieder mal und gut das könnte trotzdem ganz gut funktionieren weil ich denke die machen das jetzt alles kaputt was da noch ist ja hallo ihr werdet vom und jetzt sind es drei genau sehr geil 30 gold dafür bekommen als gold nur ja so gut ich habe ich habe jetzt so und damit kollektor ich hier noch mal 280 bekommen aus einem mensch aus einem match 80 und mit jetzt hast du ihn behalten wie hast du denn 80 daraus gekriegt das müsste man sich noch mal angucken vielleicht gibt es ja noch ein extra trick so hier 12 12 12 ja komm so dumm egal so ich mache ich warte jetzt erst mal was hier passiert so je nachdem gucken wir mal das kann nicht sein das kann einfach nicht sein es kann einfach nicht sein was hat mir das denn jetzt gebracht hier eine neue loot box das war nicht gut ich habe es so viel so viel schaden einkassiert 2.000 gold habe ich habe 1144 nascott 5000 brauche ich um das headquarter stufe 4 zusammen zu bekommen ja komm das muss von sieben zwei neue klaren ja habe ich ja eben schon schon erwähnt habe ich auch schon begrüßt finde ich super geil soll ich brauche noch 33 trophäen sonst um einen um eine branche 1 zu kommen das schaffe ich jetzt aber nicht mehr wie viel kies hast du noch wie viel kies ja weiß ich jetzt gerade gar nicht genau oh mein gott macht den da und macht das 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 da und wenigstens die eine hütte da unten noch das schon mal gut schon mal zwei hütten bekommen ja zwei hütten wenigstens 30 30 lud so weiter geht's was gott hoffentlich greift mich mal irgendjemand noch an ich brauch dann noch ich brauch noch dauernd ich will mal hast du hast du die eigentlich schon jetzt offen bei dir was dann diese die fans box auch nicht wieso das denn nicht weil ich sind schon mal kriege ich die kriege stehen da und das gefällt mir nicht weil du hast doch vorher schon mehr gehabt als ich ich bin jetzt bei 99 und jetzt alle nur noch diese komischen wort da wie der laser 3 laser also es ist erst mal so wie in entfernt ja ich muss gucken weil ich habe mich sehr gesagt kommt kommt ganz ganz sicher zu gucken so kommt man sagt so nennt was quasi der mac ist der mac das ist alles irgendwie nicht so wirklich brauche ich sollte in vorderen ist die kommt weg du findest es gut das ist extrem gut verfordert war das ist jetzt raus fliegt kommen die trommel so ich bräuchte 133 jams dann hätte ich mein headquarter morgen zusammen wie 133 jams ich kriege auf jeden fall wieder drei sterne so jawohl 36 45 gold eine common box jawohl 42 gold hier auch noch mal raus geholt so ich habe noch einen einzigen key wie viel hast du ich habe gar keinen mehr schon lang du hast gar keinen mehr jetzt schon lange sagst du schon seit zehn minuten laufen auch 9 minuten ich warst du bist ja so langsam ich hole mir den den hole ich mir die fans box voller ja ich auch vielleicht schaffen das ja in dieser runde irgendwie noch heute das ja irgendjemand vielleicht einmal glück irgendjemand greift bei mir fehlen noch sechs sterne diese sechs sechs sterne bei dir nicht so viel noch einer oder 900 ja eine kommt noch das ding da dauern noch das ding da dauern jawohl jetzt müssen nur die da oben fallen dann habe ich es geschafft kommen schmeißt die macht die kaputt macht die kaputt macht die kaputt jawohl jetzt habe ich drei sterne so das ist diesmal nicht so viel nur 21 trotz eines flawless victories drei sterne drei sterne drei sterne 12 52 hier muss doch mal irgendwie irgendjemand greift mich doch mal jemand dann ne was los so 311 ich weiß jetzt schaffe ich den schaffe ich den nicht komisch aufteilung oh mein gott ja das kann ja also der das glaube ich nicht dass der das schafft ok also das glaube ich beim besten willen das müssten eigentlich da kann man auch das healing sehr gut benutzen das müsste eigentlich funktionieren als glaube man das headquarter geabredet hat braucht auch wieder der job der job 5000 ja 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 genau so und es gibt drei sterne und es würde sogar nun die defense ist so mehr zu druck mehr als in 45 und damit habe ich die nächste loot box zu sagen okay also was letztendlich von heute was die letzte für dich für mich eigentlich die letzte aber ich bin noch etwas gucken jetzt wie sieht es aus ich habe 13 36 kriegen wir kriegen da habe ich irgendwelche jennaus 3 jennaus mehr als ich so hier bin ich bei 314 wo bist du da momentan bei 367 ok ok ja der xero der ist ja bei uns richtig gut ne 1000 der hat irgendwas um die 1000 man kann hier das profil reinschauen und da sieht man 1067 hat er ist sogar schon in der silber in der silber 1 silber 1 gruppe drin ja also auf jeden fall ziemlich cool ja leute wenn es euch gefallen hat dass man bitte einen daumen nach oben da schreibt was die kommentare abonniert den kanal geschaltet sich mal ein müll greifen mit jemanden bis dahin und tschüss